Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer schönen Stadt Bernburg an der Saale. Ob zu einem Tagesausflug mit der Familie, ein Wochenende zu zweit oder im Verein oder mit dem Bus, Bernburg ist immer eine Reise wert. Entdecken und erleben Sie die Vielfalt der kulturellen und Freizeitangebote sowie die zum Teil versteckten Schönheiten der ehemaligen Residenzstadt von Anhalt-Bernburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.